So, herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Wir sind immer noch an der Stelle, wo ich das letzte Mal so grandios versagt habe. Und wir werden mal versuchen, jetzt hier mal weiterzukommen. Vielleicht klappt das hier sogar. Nee, ich wusste, dass das nicht klappt. Aber den kriegen wir trotzdem. Alter, wieso? Fall doch um! Was ich jetzt... Oh, wieso ist jetzt Zeitlupe wegen dem Headshot? Mach ich so wenig Headshots? Das... egal. Jedenfalls, ich hoffe, dass wir das jetzt mal schaffen werden. Ich gehe fest davon aus, dass wir das jetzt mal schaffen werden. Oder ich. Ich werde jetzt einfach mal mich richtig anstrengen. Und das auch hinkriegen. Ich werde jetzt ganz vorsichtig einfach hinter dieser Kiste einfach campen. Die Gegner an mich rankommen lassen. Das ist natürlich doof, dass das so ein Ketten-Typ ist, aber... Kann ich jetzt nicht... Soll ich jetzt mal fokussieren? Ja, okay, dann fokussiere ich mal. Komm schon, den auch noch. Bitte, 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 bitte. Wo ist der andere? Habe ich den? Oh shit, oh shit, oh shit. Deckung, Deckung, Deckung. Ich war Schritte. Ach so, war das der kleine Typ? Also, ich hoffe jetzt, dass wir es schaffen werden. Letztes Mal habe ich ja so grandios fünfmal versagt. Fünfmal? Bestimmt, oder? Ich glaube, es waren mindestens fünfmal. Oh, 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 oh. Ich habe kassiert. Da kommen jetzt auch der Rechtsgleichgegner raus, ne? Man sitzt hier natürlich auch ziemlich eingeengt hier. Aber, naja, kann ich nichts machen. Komm schon. Yes, ich habe ihn. Wo kommt das Licht her? Aua. Boah, wo kam das Licht her? Was zum? Ah, die haben eine Granate geworfen, oder? Herz essen schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Shit, shit, shit. Ich kann kanalisieren. Kanalisieren. Komm her. Du Sack. Hab kanalisiert. War das der letzte? Ne, da sind noch mehr. Den auch noch. Komm schon. Habe ich es geschafft? Ne, noch nicht ganz. Erstmal den Lichttypen. Fuck, Waffen leer. Oh nein, oh nein. Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Aber die Waffenkanalisierung ist auch immer noch nicht voll. Ah, shit. Shit, 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 shit. Wenn der Waffen, wenn der mit der Taschenlampe jetzt zu nahe kommt, dann war es das für mich. Oh mein Gott. Komm schon, die Kanalisierung soll sich mal aufladen. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, ich traue mich nicht aus der Ecke, Leute. Ich traue mich hier nicht. Ich könnte mal den da hinten gezielt ausschalten vielleicht. Ne, shit. Treffe ich nicht. Ah, den habe ich jetzt schon mal. So, jetzt ganz ruhig und gleich habe ich Kanalisierung. Und Kanalisierung an. Kommt her, ihr Säcke. So. Wir haben es geschafft. Mit dem ersten Versuch. Danke. So, hier lag noch irgendwo Muniz... Ist da noch jemand? Oh, ich dachte gerade, da kommt noch ein Gegner. Okay, hier lag doch noch irgendwo Munizionen rum, oder? Die will ich auf jeden Fall nicht... Ah, Entschuldigung. Die will ich auf jeden Fall nicht auslassen. Wo lag denn die? Ah, hier. So, geschafft. Und weiter geht's. Fantastisch. Weiter geht's durch diesen wundervollen Vergnügungspark. Es ist nicht der Heidepark, leider. Den Heidepark mag ich sehr. Der ist auch ein bisschen schöner. Da stehen nicht so dreckige Sachen rum. Aber man kann nicht alles haben. Oh, nächster Abschnitt. Okay, wo sind wir jetzt? Ist das ein explosives? Ich fände das eine explosive Tonne, oder? Schütze die Fensternis. Ah, ist keine explosive Tonne. Aber wir können hier mal was kaufen. Ich habe jetzt eigentlich schon alles gekauft, was ich kaufen wollte. Ich weiß nicht, was ich sonst noch... Ich schulde dafür eine schnelle Pumpgun-Action, mit der die Streuung des nächsten Schusses verringert wird. Das ist super interessant. Was war das hier noch? Ach, Gann-Ach, Gann-Karte habe ich noch nicht freigeschaltet. Okay, dann warte ich das noch ein bisschen ab. Das ist der Sack. Wir haben ihn gefunden. Oh, da kommen wieder Gegner. Na, kommt näher. Kommt näher. Oh. Habe ich dich zerschnitten? Oh, das tut mir leid. Und den habe ich auch gut erwischt. So, jetzt freue ich nur noch diesen Typ mit dem Licht da hinten. Ne, eine Waffe hätte ich kurz gerne. Ne, nicht diese Waffe. Die andere Waffe. Das Licht muss aus. Danke. Perfekt. Ich muss die nur noch abschießen. Und wir sind gut. Dabei. Wieso legen die sich immer so hin? Das ist doch eigentlich voll dumm. Na gut, so kann ich sie nicht so gut treffen, natürlich. Kann ich das Ding auch aufheben? Achso, das kann ich werfen, ne? Ah, das ist bestimmt schwer, oder? Ah, hat die gar nicht interessiert. Ich habe auch nicht wirklich getroffen, glaube ich. Oh. So, jetzt nehme ich mal wieder beide Waffen. Na? Okay. Oh. Ah, da oben ist wieder ein Licht. Kann man das ausmachen? Ne, ne? Ach, da ist das Licht. Sehr gut. Na, kommt näher. Den habe ich. Okay, den hätte ich schon mal. Jetzt dich noch. So, dich möchte ich mal für Munition haben, bitte. Ich brauche mal ein bisschen Muni. Danke. Sehr gut. Dann habe ich auch wieder was für die Kalaschnikow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich nehme mal an, wir werden dann auch gleich mal bei dem Boss ankommen. Schnell! Oh, ich habe ihn doch mit dem Sperr getroffen. Oh. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen mit dem Sperr. Das habt ihr gesehen. Das glaube ich noch nicht, nein. Ich mache noch das Licht hier aus, zur Sicherheit. Oh, von wo, von wo? Shit! Ich stand hier ziemlich scheiße gerade. Für so einen Angriff. Das ist ziemlich blödes Timing, ihr Säcke. Wo ist der hin? Wo ist der andere? War hier nicht noch einer? Ich finde einen Weg durch das Clown-Tor. Aber wie? Wie, 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 wie soll ich das machen? Ich sehe hier gar nichts, wo ich noch hin könnte. Komme ich da her, oder? Ich komme doch von da, oder? Gucke ich mal, was hier ist. Kobra. Ein Revolver? Echt? Oh. Hatte ich den schon mal? Ich glaube nicht, oder? Sieht hier rum. Ne, hier komme ich definitiv her. Hier liegen Körperteile. Hier komme ich definitiv her. Schauen wir mal hier. Hier ist leider auch nichts. Hä, wie soll ich denn da durch? Ach, nee. Schrotwinte will ich nicht. Ach, schau mal, was da oben liegt. Oder hängt. Was er mir gebracht hat. Schauen wir mal. Es hat funktioniert. Wir können durch. Wir können auch nicht durch. Okay, jetzt werde ich bestimmt wieder angegriffen, oder? Was ist denn, Jackie? Ich weiß nicht, wo du gehst. Das ist auch so eine Sache, die mich bei Videospielen momentan sehr nervt. Diese Arenen, die immer wieder kommen. Da ist dieses Spiel offensichtlich keine Ausnahme. Dieses, zum Beispiel Mass Effect, was ganz extrem. Man erreicht irgendeinen Punkt in dem Spiel, wo man was aktivieren muss. Und da muss man das erst mal zehn Wellen lang verteidigen. Und hier ist es jetzt so ähnlich. Ich muss jetzt diese Tür aufmachen. Muss warten, bis er mir neue Sachen bringt. Und dann kann ich wieder den nächsten Schritt der Tür wegmachen. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Ich finde, damit sollten die Entwickler echt mal aufhören. Weil das nicht unbedingt was ist, was mir zumindest Spaß macht. Genau, eigentlich sollen ja Spiele auch Spaß machen. Und nicht einfach nur schwer sein oder frustrierend sein. So, komm, mein Kleiner. Jetzt bringen wir mal eine neue... Was, da kommen jetzt noch mehr Gegner? Echt? Da hinten ist ja eine Tür offen. Achso, dann soll ich hier rein, oder wie? Echt, ich bin das? Mach mal... Ach, Mist. Kann ich hier den... Ist der Generator hier drin? So, ein Mist. Okay. Komm her. Du hast keine Chance. Oh, der Revolver ist, glaube ich, gar nicht so schwach. Ich probiere den mal alleine aus. Ach, doch, den hatte ich schon mal. Das war in der Mission, wo ich weglaufen musste. Da hatte ich den, glaube ich, schon mal. Okay. Okay. Wie kriege ich diesen Generator da aus? Oh, hier mal kurz rüber. Kann ich den von hier vielleicht sehen? Ich sehe die... Ich sehe das Kabel. Ich sehe den Generator. Yes. Nice. Wow. Kanalisation. Kanalisierung meine ich. Kanalisation. Stirb, 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 stirb. Oh, shit. Ich muss weg. Ja, ich muss weg. Ich sterbe sonst. Lass mich mal durch, bitte. Einmal durchlassen. Dunkelheit. Kommt durch. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, yeah. Komm, das Licht bitte aus? Okay. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ah, da kann ich mein Herz essen. Ah, ich komme nicht ran an das Herz. Komm her, du Sack. Oh, shit. Ah, vielleicht damit. Funktioniert es? Oh, ja. Gefällt. Einmal durchladen. Two Guys. Ich habe beide erwischt mit dem Pfahl. Oh, mein Gott. Das hätte ich gern gesehen. Two Guys, one Pole. Ha, 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 ha. Wir wissen alle, worauf diese Anspielung hinspielt. Aber wir sind noch nicht bei so einem niedrigen Niveau, oder? Ja, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch, denn ihr guckt meine Videos. Ich schätze, dann ist man bei diesem Niveau. Upsi. Licht aus. Das Herz will ich auch noch. So. So. Bevor wir jetzt hier weitergehen, will ich nochmal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was Nützliches finden kann. Denn ich will keine Schrotflinte gerade. Ich habe nicht so Bock auf die Schrotflinte. Ist hier noch irgendwas? Nee. So. Und bevor wir jetzt durch diese Tür gehen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei bei The Darkness 2. Wenn wir nächstes Mal diesem Arschloch mit der Krücke den Arsch aufreißen. Danke.